hallo liebe leute draußen willkommen zurück zur dritten folge heute am samstag nordfriesische marsch vierfach version 1 aber das bedeutet einiges version 1 vierfach bin ich mal gespannt es ist so schon relativ stressig genug gewesen für mich vielleicht für manch anderer auch wir haben sie in der letzten folge gesagt mit denen der ganze füllstände und was weiß ich habe ich so ich habe mir jetzt noch ein zwischendurch noch mal dieses info video von daniel angeschaut vom fett action und habe es tatsächlich jetzt mal hingekriegt also ich habe noch was platziert das zeige ich euch jetzt gerade mal weil wir holen das einfach gleich die wulle ich habe jetzt hier kommt es die ecke mit denen ja hof nötigen produktionen hin so auch mal aus zeigen wir uns gucken wir uns gerade mal an geld so hier haben wir voll trocknung platzieren da geht man hin ne komm das erklären muss das jetzt nicht unbedingt also man kann da in das menü gehen gehen könnte ja in das global company menü man kann dann mal ungefähr 500 liter oder 500 liter sind es meistens von den rohstoffen die man hier benötigt kaufen dann ist auf jeden fall noch schon mal ein video auf jeden fall mal ein füllstand im items xml angezeigt im safe game und dann kann man da auch dann eingeben hör zu du hast mich beschissen um 200.000 liter der 20.000 liter wie auch immer es gibt mir dann ein whoops habe ich gemacht ne also tabak habe ich 20.000 kalk habe ich 50.000 reingehauen wasser habe ich jetzt nicht gefunden den aber das ist ja kein problem das kostet nix tankwagen haben wir auch also können wir uns das ganze zeugs hier rind pfeifen also hier pflanzenschutz produziert das nächste wahrheit sieht sieht maker da habe ich ein bisserl getreide reingedrückt füllstand mäßig und ein bisserl pflanzenschutz hier läuft produktion dünger habe ich gülle und mist hinzugefügt in der items xml dass man hier wieder dünger kriegen weil das sind sache die brauchen wir als allererstes hier siehst du wunderbar so und hoi fängt auch schon an 333 große kalerei gut also das haben wir gemacht cp habe ich jetzt noch nicht hinbekommen ja wie ich das ist dann weg ja wie ich das jetzt wieder die kurse hinkriege es ist zwar jetzt wie spiel als das spiel gestartet habe stand natürlich cp scannt die felder ist ganz klar das haben wir in dem bedürfen sie hier eingestellt und aber auf im cp ordner oder kurse von von der letzten version vergesst es diesen al fort die sind wohl irgendwo ja klar da gibt es noch ein save game backup und dann gibt es noch ein backup von backup mein lieber freund david backup und er hat sich hinschauen ich mache das jetzt noch mit einem starken bauern können das ist also so eine sache ich bin ja mal gespannt ich habe ja vorhin um 14 schon gefragt ob ihr euch ein bisschen auskennt vielleicht habt ihr einen tipp für mich wie man die cp kurse wieder mit rüber nimmt ich meine sicher klar ja alles selbst geben das sind ja die kurs play settings aber das sind auch tun nur diese kurs play settings ich weiß nicht die kurse mit dabei sind das weiß ich nicht vorsichtig und ja wäre nicht wenn vielleicht eine tipp hat eine idee für mich hat dass man dass die kurse wieder habe ich kann eigentlich man kann auf der map zumindest mal die ganzen grund kurse die mir haben kann man weiter verwenden was hat nun nicht geht ist halt im hof die kurs aber das ist ja kein problem die hat man gleich eingefahren und wenn es jetzt gar nicht gehen sollte ja mich stößt nicht ich kann die tatsächlich offline du bist schief egal egal offline einfahren wieder habe ich jetzt kein problem mit bin ich ganz ehrlich das ist mir wurscht oder oder schinken wie es lieber habt eins von beiden ist mir das deswegen ja kein stress wir halt schön ja von wege rechtsklick und gibt ihm aber wenn dies dann ist nicht so ja deswegen auch heute bissel träge die folgen ein bisschen ja nicht ganz so viel los wie die letzten die letzte zeit ist ja ganz klar das ist ja auch nicht viel zu tun ich habe zwei felder gekauft oder drei und du fühlst auch noch wieder drin du kommst du noch mit rein und und ja ich lasse jetzt gerade die die wiese 21 schwaden und zu ernten aber noch nichts da kommt von runde was man aber machen könnt aber das ist auch deshalb da schon zum tausendsten mal gesehen ist halt ein bisschen komisch ja ich bin mal gespannt der liebe daniel der fed action hat ja auch bis jetzt auch noch nicht gezeigt wie das mit seinem cp funktioniert hat er die kurse schon mit drin gehabt ich weiß es gar nicht wo ich noch mal noch mal reinschauen vielleicht in einem anderen stream von ihm oder im anderen video fest das ganze kommt fest fest jetzt oder ein halt hier fehlt noch was jetzt ist alles fest fest tage auf der nordfriesischen so und ab geht's haben wir hier aufgeräumt kriegen noch ein paar euro 50 die eier kommen vorne zu unserem direkt verkauf ja und wie gesagt die tiere ich habe das mal was gesehen in der items da stand auch hier diese heißt denn die kuhweide hat im namen keine ahnung da stand auch was mit mit animals keine ahnung ja vielleicht müsste ich da mal reinschreiben zwei millionen kühe oder sowas weil die füllstände hier im kuh ist der kuhweide mit gras silage und stroh kann ich auch erst logischerweise rein machen wenn wir ab tiere haben wisst ihr ja wenn man jedes verpflegen möchte steht da immer es geht gerade nicht du hast noch keine noch kein tier so jetzt müssen wir natürlich auch hier ja das ist noch ein bisschen mit wahrscheinlich auch die nächsten tage noch ein bisschen so sein dass man ja bis zu stress haben noch das kann schon auspacken oder wenn wir aufkommen objekt werfen ja genau da stand doch immer mit aufreißen oder da gab es doch was objekt werfen jetzt lust drauf ja das wiederum spackt da gab es irgendeinen knopf den ich drücken muss dass das ding hier auf geht oh ja dort erschreut jetzt gerade nichts warum denn nichts ja steuerung links und geht es bringt mir genau gar nichts weil der kühlschrank oder was da drin ist es ist da nicht verzeichnet drüben objekt werfen kommt was ist mal werfen nach drei objekt aufheben nein das ist da war eben um verpackung oder was ne testet den in dem du die wagen ach so kann man testen ja toll das spiel aber hier aufpacke das dingens ja gut das war werfen das lassen wir dann sein in zukunft testet den dingens ende ich kann den testen ups wie war denn da ja da hat der letzten karte bin ich dann dahin gefahren stand oh guck mal kann ich aufpackung geht es nicht rund ja 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 wie war denn das mönch b da was x x und b geht nennt brech ins isse ich muss mal die laufgeschwindigkeit wieder auf normal stelle ist es ja schlimm und dann ist ja zum ab rocken hier es gibt hier einfach zu viele möglichkeiten das heißt es kann sein dass es angezeigt werden würde wenn ihr jetzt schon stehen würde holt der millionen lasst die millionen oder wie schnell willst laufen sowas neffisches weil das menü hier nebenan nicht alles anzeigen oh wie schade es ärgert mich jetzt tatsächlich türe öffnen boing an den klotz gehauen so also da kommt raus gleich so ist es genau das war aber knapp so da ist nix das ist okay man könnte ja hallo bin ich zu groß oder was wahrscheinlich zu dick ich kann immer noch nicht den kast aufmachen es ist doch zum brechen oder was ich zum brechen, Leute. Zentralroutine, ja, ja, alles gut. Ich will ja kein Mensch, ich möchte es einfach hier öffnen. Verpackung öffnen. Bitte, let me diese Verpackung öffnen, ey. Ich glaube, spielst du das noch? Das gibt es doch gar nicht. Oh. Ja, was war daneben? Ja, die Laufgeschwindigkeit, ich will das nicht wissen. Die Laufgeschwindigkeit, das weiß ich auswendig. Ah, nervig, ist das nervig? Steht da was in der Tastenbelegung? Ich glaube, gradiert nicht. Interagieren, das weiß ich. Links werfen, einsteigen, ducken. Bis ich hier was finde, ist der Tag vorbei. Nee, komm, dann fahr mal erst mal, ne? Schafwolle entsorgen. Ich hoffe ja so dermaßen, dass einer von euch mir den Tipp geben kann. Falls ich es nicht selbst finde, in der Zwischenzeit dann, wie ich die CP-Kurse wieder alle habe, es wäre sehr schade. dort wäre extrem schade, Leute. Und die Bäume stehen auch wieder, ne? Die wir da rumgemacht haben. Ich habe übrigens nicht über den Kontostand wundern, ich habe mit der, ich glaube, keine Ahnung, 500.000 Euro aufgenommen, wegen halt den platzierbaren Produktionen, die ich dann in den Hof geplagt habe. Weil mir, ja, weil ich keine Füllstände im Hof-Silo habe, ich hatte glaube ich, ich hatte 70.000 Liter Sonnenblumen im Hof-Silo. Also, das muss ich irgendwie wieder reinkriegen. Also reinschreiben. Saatgut hatte ich. Was war noch? Alles mögliche. Stroh, Gras, Hoi. Ohne Ente. Die Tiere über Jahre hinweg verpflegen können. Toll verkaufte Wulle hat es jetzt auch gebracht, ne? So, und die Eier. Ein guter Schoschi. Ähm, ja, mir ist ja schon geschrieben worden, ich versuche halt krampfhaft nicht so zu heizen. Vor allem mit Hänger 80 maximal. Ähm, aber der X-Klasse hier, der braucht sich so gefühlt in den Füßen und das habe ich nicht. Also, jetzt ruckzuck ist der am Schleunigen hier, wie ein Wilder. So, ich möchte jetzt die Eier verhügelen, Leute. Sonst kriege ich hier die Krise. Das kriegst du schon. So, komm, ist jetzt ja niemand da in der Nähe. Gehen wir mal den Pin ohne. Boah, jetzt schlecht. Also, ich konnte es tatsächlich schon die Eier verkaufen. Die guten Verkauf, sagen wir so. Ah ja, gut. Aber ich weiß jetzt nicht, wo. War das jetzt nur an der Holzhütte oder war das an so einem verpackten Automat? Was ja bescheuert wäre, ehrlich gesagt. Also, hier war es nicht. Keine Ahnung, wo die jetzt verkauft worden sind. Oh Mann, Leute, es ist echt stressig. Oder beziehungsweise, nein, stressig nicht, aber deprimierend. Was haben wir jetzt gemacht? Ich habe ein bisschen gelabert, ein bisschen mein Leid geklagt. Wir haben ein bisschen Wolle verkauft und das war's. Mehr haben wir nicht hingekriegt. Die Folge ist vorbei. Rein theoretisch praktisch. Und genau. Absolut kacke. So, Moment. Also, der Hof wieder auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich habe da schon ein bisschen Ideen. Hier hätte ich gerne, hier an der Seitenwand und hier, wo jetzt die Gabeln und die Gewichte sind, hätte ich gerne ein Hochregal, wo ich die Sache reinlagen kann. Hier ist nichts Neues, ich weiß, aber ich hätte es halt gerne. Mir ist das erste Mal so, gell? Und, ähm, irgendwann kommt auch die Riesenhühnerfarm, da habe ich mir auch vorgenommen, als hätte ich schon gerne das teilen. Wahl schauen. So, jetzt muss ich noch mal zu den, das gibt es doch gar nicht, zu den Dingen da laufen. Was ich da machen muss? Ich weiß es nicht mehr. Oder ging das nur, weil extra dabei steht, diese Sachen sollten wir mit dem Frontlader gefahren werden? Nö, ne? Das kann ja eigentlich damit nichts zu tun haben. Objekt öffnen, ich habe hier einfach gar keine, keine Angabe, nichts, gell? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es steht hier auch nicht. Die Wege des Seins. Teste Dingenskirchens, indem du eine Packung Eier kaufst. Was sollen die kaufen? Ich habe eigene. Also ich meine, nicht falsch verstehe. Also, aus dem Ding haben wir also die Eier verkauft. Verstehe. Ich würde echt gerne... Ha, 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 ha. Wieso geht das jetzt nicht? Hallo? Dann schon da eben auspacken. Ah, dann muss das hier auch sein. Achtung. Ich habe das nämlich so, ich hatte die ich habe so davor gestanden dass immer die hand her aktiv waren da hat es ja aufgehoben jetzt bin ich hier nebenan so ein bisschen so versetzt dass die hand weg ist jetzt hat es funktioniert also es hat sich doch gelohnt bis länger dran zu bleiben frische milch direkt vom erzeuger von wessen erzeuger und es wackelt aber ganz schön hier auf dem boden das stellen wir wieder so hin wie es auf der alten version war das ist ein bisschen schief aber die scheppel sind alle gerade sagt man bei uns da können wir auch noch käse verkaufen die käserei interessiert mich auch mal wahrscheinlich ist das ja nicht so die käserei wie wir die morgen auf der hofberg mal wieder auf der hofberg mal sehen aber auf jeden fall können käse verkaufen käse verkaufen ist logisch so moment nein brauchen wir alles nicht wir haben noch nichts an der reifen es wächst alles noch ohne ende der fährt hier seit wochen kreise wo ist denn der kurs hinbekommen zeig mal was hast du für ein problem hier warst du schon mussten das problem geben die zu fahren also hier auch das gleiche hier muss ich einen neuen kurs machen nicht scharf sondern weich oder rund wie auch immer weil durch die dämme und teiche und keine ahnung wird er nur verrückt der typ hier dann macht er was er will daher wieder richtig crazy crazy wird der crazy das ist schön und gut er macht das saubere arbeit aber wenn er dann brauche ich schon ringsum platz so das haben wir nicht das brauchen wir nicht so der der arox steht hier moment genau wir machen milch zu gelb bevor sie schlecht wird die fängt nämlich aus der stinke irgendwann jetzt haben wir ja die verkaufsautomaten entpackt entblößt sozusagen jetzt können wir mal gucken ich meine um die 40.000 wäre es gewesen ich weiß nicht naja fast 47.000 der milch das ist immer ein angebot und der verkaufsautomaten hat immer die meiste kohle ausgehauen dafür so also hochgeladen werden die folgen den neuen folgen jetzt auf jeden fall von mir noch logisch ne warum auch nicht aber wirklich aber es kann passieren dass nicht direkt ein thumbnimmel drauf ist weil jetzt das hochladen und dann noch die bildchen machen und dazu und hin und her das weiß ich nicht ob ich das hinkrieg ja also die folgen sind ohne thumbnimmel genauso gut der kommt dann aber definitiv wenn ich nicht schaff noch nachträglich dazu und es gab es hunde und 2000 der milch ich liebe kühle ich möchte meine kühle haben morgen haben viele zeit morgen ist sonntag morgen ja war gab es diese zeit ich kümmere mich noch mal mit dem daniel zusammen also virtuell zusammen wie ihr das alles handhabt auch mit cp vielleicht kriege ich was raus oder ich schreibe es halt drunter und gucke noch mal dass ich das mit den kühlen hinkrieg weil ja ansonsten muss ich tatsächlich hingehen und müsste mir das geld irgendwie zusammenscheaten was hat die gesagt 100 111 kühe kosten die hatten wir nämlich in der alten version und dann war es halt so mache ich nicht gern auf jeden fall nicht aber wenn es nicht geht wenn sie nicht höhen will müssen sie fühlen so sieht es aus gut dann danke ich für die starken nerven die gehabt habt und wir kriegen das hin ist eine schöne map ist eine schöne riesengroße map wenn wir die nächsten tage dann nächsten aufnahmen mal zeit haben fahren wir auch mal ganz außen rum würde sich selbst mal interessieren was da los ist wir können da auch teilweise brücken bauen dazu braucht aber die kiesgrube und zementwerk und stahl und hast dann gesehen also das wird schon sehr interessant und umfangreich was mir persönlich eigentlich sehr viel spaß macht deswegen egal wie viel aufrufe sie hat die bleibt die bleibt die bleibt also vielen dank schönen samstag bis demnächst